Die Ruhe, die Ruhe, die Ruhe vor dem Sturm. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Olaf geht's, los! Du musst noch arbeiten jetzt, oder was? Hans, auf geht's! Hans, die Zeit läuft! Da ist's für dich, Pylone! Da, Hans! Ja! Super, geil! Ja, geil, ja. Jetzt oben ist das geil. Hey, eine Bomben-Aussicht, oder? Brutal! Ballon! Da ist der Luftballon! Finish, finish, finish! Jawohl! Jetzt sollen sie alles unten machen. Da kannst du immer laufen, da, Roman. So schnell steigen. Wo ich dich überholt hab, da glaub ich drei Minuten gegangen. Ja. Da hab ich, ich bin hinter dir nahe gelaufen. Ja. Und ich dachte mir, der Winkel, der spinnt, ne? Ja. Und dann bin ich gegangen, dann hast du dich zu frissen. Da hast du mich zu frissen, ja. Beim Gehen hab ich quasi attackiert. Du warst im Gehen eigentlich schneller als ich im Laufen, ne? Ja, aber dann, wenn ich wieder gelaufen bin, war's weg, ne? Ja, ja. Ich bin nicht mehr reingekommen. Ich hab die zwei dann beim Haus erfahren, hab ich den beim Parkplatz gesehen. Okay, da ist das Ziel oben. Auf geht's! Auf geht's, jawohl! Jetzt bin ich gespannt, wer von euch erst da oben ist, von euch zwei. Also, der Morgi auf alle Fälle nicht. Hey, das hat jetzt fünf Sekunden gekostet. Scheiße, jetzt ist es fix. Gibt die anderen, die scheiße das tun. Auf geht's! Auf geht's! 20 Meter noch. Da, der Luftballon. Da, am Ziel oben, am Gipfel oben, da. Da. Da, der Luftballon. Da, der Luftballon. Da, der Luftballon. Okay, go! Super! Siebe, auf geht's! Jawohl, da, da, am Kreuz, da, am Kreuz, ja. Auf geht's! Super! Jetzt geh! Super! Nein, nein, da oben ist es nicht. Da, wo der Sebeer ist. Schau dich weiter. Neuburg-Attacke. Nein, der ist schon überholvergut. Hast du bei uns auch nicht gegeben. Wir haben einen Tomanellabuch gegeben. Der ist gleich 50 Meter runter. Sauber! Jawohl! Auf geht's, Christian! Auf geht's, Christian! Jawohl, super! Da, Offi! Da, 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 da! Da ist's Ziel! Noch 20 Meter! Komm, komm, komm! Auf geht's! Auf geht's! 200 Meter noch! Super! Sauber! Da, links, Aufi! Da, links! Da, wo der Ding runterkommt. Der muss runterkommen. Sauber! Sauber, Tony! Sauber, Hans! Sauber, Hans! Sauber, Hans! Sauber, Hans! Spitze, Mario! Super! Die sind ganz knapp vor dir. Jetzt hat's vielleicht noch 300 Meter. Wie? Ja, nein, ist wirklich so. 300 Höhenmeter. Vorne auf dem Wegweiser. Da vorne gehört eine Lichtung mit dem Wegweiser. Und da links sind vielleicht noch 100er bis dahin. Spitze! Die sind nicht weit vor dir. Evi, der Evi, Mario! Die sind jetzt vielleicht 2 Minuten vor dir. Ja. Der hat sich vergessen. Ja, ja, wir alle. Wir haben alle gegämmert. Da ist vor uns auch keiner mehr gelaufen. Sauber! Die sind nicht mehr weit. Wir sehen uns mit nachher. Nein! Na! So. Schau. Ich bin zu Himmelfahrt da... da muss man auch was Possilen. Da ist ein Kreuzweg hier... Sauber! user! ie sind nicht mehr weit. Ist nicht mehr weit. Da ist ja. Hinten niemand quacker. Jetzt machen wir wieder die Finger. Dann ist auch knapp vor euch. Dann gehen wir mal mit nachher. Dann haben wir ihnen zu gew practise. Dann haben wir ihn zu kliessen. Dann haben wir ihn zu gewann auch mal. Sauber natürlich, sauber sauber.